Moin und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe des Einsatzes in vier Festungen und diese Woche, das wird wahrscheinlich die kürzeste Ausgabe dieses Videoformats bis jetzt, denn die Größe der Festungen lässt doch zu wünschen übrig, ist aber vielleicht im Gegensatz zu diesen massiven Arealen und Palästen wie Alderan doch vielleicht mal eine ganz gelungene Abwechslung. Wir sind das erste Mal Premiere in dem Penthouse auf der imperialen Flotte diesmal. Ich habe die erste Penthouse-Festung zugeschickt bekommen und die werden wir uns jetzt mal in Ruhe anschauen. Ich kenne die Festung persönlich selbst, also ich war noch nie drin in dieser Festung. Ich kenne die bloß von irgendeinem Video, was ich zu Zeiten des PTS von diesen galaktischen Saisons, also womit ja die Festung gekommen ist, da habe ich mal ein Video von gesehen, wo da einer kurz die Räume zeigt. Ist nicht viel, hält sich stark in Grenzen, aber ich war selbst noch nicht hier drin, das heißt, ich muss auch erstmal gucken, wie ist das geschnitten, wo sind hier vielleicht die Haken, das kann man ja ganz gut erkennen. Selbst die Festung zu besitzen gibt natürlich nochmal einen anderen Eindruck, weil man dort eben entsprechend noch deutlich besser sieht dann, wo eben welche Haken zur Verfügung stehen. Ja, wie dem auch sei, wir haben hier eine wunderbare Möglichkeit durch die Wand hinaus ins All zu gucken. Tatsächlich, als ich eben hier alles vorbereitet habe, war das ganze Bildschirm hier auch noch mit Schiffen gefüllt. Eben hat man hier oben auch noch so einen Sternzerstörer oben aus dem Bild fliegen sehen und die sind jetzt irgendwie alle weg, was ein bisschen schade ist. Naja, auch ein schönes Bild, man kann durch die Wand gucken, ist toll. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal die direkt los. Die Festung wurde mir zugeschickt von einem Gildenmitglied von uns, Yolodri, hat uns das Ganze hier zur Verfügung gestellt. Ich mache dir einfach das Ganze nochmal auf, dann können wir uns das nochmal ganz in Ruhe anschauen. Da haben wir hier das Versteck und das ist ein Viken Space Stock Penthouse. 96.000 Prestige standen hier insgesamt zur Verfügung. 80% tatsächlich nur ausgebaut. Wollen wir mal gucken, wie viel 80% denn ist, was das heißt. Das ist ja immer so eine Sache, 80% in Alderaan sind deutlich mehr Dekorationen als 80% hier vielleicht im Penthouse. Da passt einfach nicht so viel rein. Und Expansionen gibt es keine. Das ist auch eine Neuerung, weil bis jetzt gab es immer Expansionen und teilweise bis zu 12 Stück, glaube ich. Ich glaube, Rishi hat die größte Anzahl an Erweiterungen an möglichen und das müssten 12 sein, wenn ich nicht... Ich meine, wir können mal ganz kurz durchgucken. Alderaan hat 9, Tatooine 7, Umbara 2, Rishi 12, genau. Ja, da haben wir es dann. Ja, wie gesagt, keine Erweiterung. Also, alles in einem Paket kriegt man direkt und wenn wir mal auf die Karte gucken, ich glaube, es sind vier Räume hier. Genau, vier Räume, ein langer Gang hier entsprechend und das ist es im Endeffekt auch schon. Ich stehe gerade rechts vom Fahrstuhl, wo man spawnt. Also, man spawnt hier in diesem Fahrstuhl drin, stehe rechts an der Wand entsprechend und gucke einfach ins All raus. Aber hier passiert auch gerade nichts. Ganz kurze Sache, unter der letzten Folge war das, glaube ich, oder der vorletzten, weiß ich nicht genau, gab es einen Kommentar, auf den möchte ich ganz kurz eingehen. Der hat geschrieben, klarer Fall, Daumen runter für das Video. Und er hat kritisiert, wie kann man denn nur so viele Dekorationen bei falschem Namen benennen. Und da muss ich sagen, ja, sehe ich vollkommen ein. Die Kritik nehme ich da auch gerne an. Leider kenne ich nicht die Namen aller 3082, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder knapp 3100 Dekorationen, die es in diesem Spiel gibt, aus dem Kopf. Und ich bin ähnlich, die Motivation, diese alle zu lernen, hält sich auch mehr als stark in Grenzen. Also, nein. Aber ändert das was daran, dass ich in diesem Format eigentlich nur die Dekorationskünste anderer Mitspieler zeigen möchte? Ich glaube nicht. Ich nenne die Dekorationen beim Namen, wenn ich den Namen weiß. Ansonsten nenne ich sie so, wie mir gerade einfällt. Und wenn ich der Meinung bin, das sieht ondaronisch aus, dann sage ich das. Und wenn das halt nicht ondaronisch ist, dann ist das halt so. Schade. Es gibt Datenbanken tor-fashion.de oder .com. Ne, .com, wenn dann. Da gibt es eine Datenbank über alle Dekorationen. Das heißt, wenn ihr irgendwas sucht, da könnt ihr dann filtern. Zum Beispiel, wenn ihr ein Springbund sucht. Ihr wisst nicht, wie der heißt. Ihr habt den bloß hier im Video zum Beispiel gesehen und ich kenne den Namen auch nicht. Und ich habe auch keine Möglichkeit, das nachzuschauen, weil ich meinte Dekoration natürlich auch nicht besitze. Tor-fashion.com. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung, falls ich das gerade hier falsch benannt habe. In der Videobeschreibung findet ihr das Ganze. Da ist die gesamte Datenbank an Dekorationen, die zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar sind, eben entsprechend hinterlegt. Da findet ihr die Informationen, wo ihr das ganze Kreim herbekommt. Ihr könnt in der Suche natürlich auch filtern und findet alles, was ihr braucht, um zu wissen, wie komme ich an irgendeine Dekoration oder was ist das überhaupt etc. Das heißt, wenn ihr da irgendwie was offen habt, schaut einfach nach. Ja, jetzt haben wir aber auch schon fünf Minuten geredet. Eigentlich sollte die ganze Festung bloß fünf Minuten dauern anzugucken. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt einfach mal an und schauen uns diese wunderbare Festung hier, das Versteck von Yulodri an. Wir gehen mal aus der Wand raus. Die Wand ist hier rot beleuchtet. Ja, Fahrstuhl. Da oben hängt tatsächlich schon die erste Lampe und da können wir auch direkt wieder... Der Titel des letzten Videos war eigentlich ausschlaggebend und maßgebend auch schon für diese Folge wieder, weil diese Festung steht im besten Ruf, die schlechteste Symmetrie zu haben, die eine Festung überhaupt haben kann. Also was da auf dem PTS aber auch schon kritisiert wurde und hier auch nochmal umgesetzt wurde. Man sieht es an der Lampe, wenn man die einfach nur auf das Feld aufhängt, dann hängt die halt wahrscheinlich so schief. Es ist nicht ganz einfach. Gut, wir schauen mal in diese Richtung hier. Und was wir tatsächlich nicht auf der Karte gesehen haben, was wir vielleicht aber auf dem Minimap sehen würden, ist, dass wir hier links und rechts so ein bisschen den Utility-Bereich haben. Das heißt, wir haben hier die beiden Bänke stehen direkt am Aufzug. Wunderbare Sache. Die stören hier auch nicht. Die sind nicht mittendrin im Raum, sondern hier vorne angebracht. Super Sache. Da hat man das gleich entsprechend hier. Dann Wallsafe haben wir entsprechend auch. Eine Mailbox. Hier drüben haben wir noch eine Modstation. Ein GHN fehlt noch, aber ich glaube, das könnte man hier an die Wand theoretisch noch hängen. Also ein Handelsnetzenzugang. Das wäre dann wahrscheinlich auch keine große Herausforderung. Ein kleiner Sandcrawler. Und da oben haben wir einen Reparatur-Druiden, der gerade irgendwas am Basteln ist. Irgendwie ist die Kamera gerade ein bisschen. Ja, jetzt geht es besser. Ja, genau. Und dann kommen wir hier auch schon in den ersten Raum. Und da sehen wir, steht aber ganz gut was drin. Denkt immer dran, 80% der Haken sind nur genutzt. Also man könnte auch noch mehr reinstellen. Was haben wir hier alles? Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Grünzeug. Da hinten steht ein Bäumchen rum. Links haben wir ein paar Pflanzen. Wir haben Personal auf jeden Fall. Es ist einiges los hier. Wir haben rechts die Jawas, die da so einen kleinen Stand aufgebaut haben. Wir haben in der Mitte dieses Galaxie-Display. Und hier oben haben wir verschiedene Symbole dran. Da hinten hängen Flaggen. Auf jeden Fall imperiale Flaggen. Okay, wir sind auf dem Viking Space Dog, auf der imperialen Flotte. Da wäre jetzt natürlich ganz faszinierend, wenn man auf die imperiale Flotte so einen republikanischen Spion-Außenposten hin bastelt. Das wäre natürlich was, weil wir aus dem Vorschaufenster hier kennen wir natürlich diese Glasfront, wo wir runterschauen können auf die Flotte. Wäre natürlich super, wenn sich dahinter dann einfach ein republikanisches Spionagebüro verbirgt. Hätte auf jeden Fall was. Viel Potenzial dahinter. Noch mal ein paar Erfolge da oben. Das weiß ich, dass das diese Erfolgsplättchen sind. Haha. Ein bisschen Kunst an den Wänden haben wir hier entsprechend. Die Sache kriegt man ja zum Beispiel beim Jahrestagshändler. Jedes Jahr zu Weihnachten, im Dezember, gibt es da die verschiedenen Gemälde auch. Und dann gibt es auch noch mal weitere Gemälde aus dem Kartellpaket. Sitzgelegenheiten haben wir hier auch. Soll das so oder ist hier was reingestellt? Hier ist was reingestellt. Da steht eine Lampe drin. Das ist ja auch interessant. Okay, die ist so ein bisschen in die Wand integriert. Ja. So, dann haben wir hier einen Söldner oder einen Piraten, wie das aussieht. Der ist hier dabei, einen Bull Rider entsprechend gerade irgendwie einzuschüchtern. Oder versucht es zumindest. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir hier... Oh, da ist eine Tür. Ah ja, die springt sofort auch auf. Geht nach oben auf. Das ist natürlich auch interessant. Ja, dann haben wir hier wie gesagt den Java-Stand. Hier drüben haben wir auch noch mal so einen kleinen Stand. Hier gibt es scheinbar auch Droiden zu kaufen. HK51 steht hier oben. Und zwei Astromech-Droiden. Hier haben wir auch noch mal eine Sitzgelegenheit entsprechend direkt vor der Tür. Da muss ich schon sagen, trotz 80%. Okay, hier oben ist es ein bisschen weniger. Aber hier dann ist doch ganz gut voll. Und dann haben wir hier so einen Bereich, der trennt auf jeden Fall ab. Imperiale Soldaten vermehren sich dann hier oben. Während das hier unten noch ein bisschen lockerer ist. Na ja, wir haben noch Tänzerinnen, Gamoriana und sowas. Und dann haben wir hier aber tatsächlich die Soldaten. Und AKW Spar, Malawai Quinn als Offizier der Imperialen Armee. Okay, und ja, auch hier die imperiale Propaganda verdichtet sich. Nicht ganz symmetrisch aufgebaut. Muss auch nicht. Das ist ja auch ein bisschen asymmetrisch angelegt. Der eine Raum ist hier im unteren Bereich. Wir haben hier diese Treppe mittendrin. Der andere Raum geht hier vom oberen Bereich aus. Und dann haben wir da hinten dementsprechend den dritten. Da kann man auch auf die Symmetrie da an der Stelle mal verzichten, was hier die Flaggen angeht und die Positionierung dieser. Gut, dann schauen wir doch mal hier in diesen Raum rein. Ein Gang auf jeden Fall. Und wir haben hier leider halt nur als Holo, aber wir stellen uns das Ganze. Wir machen die Augen zu und stellen uns vor, da werden tatsächlich die entsprechenden Personale auch vor Ort. Wir haben hier nochmal ein paar Erfolge an der Wand. Flashpoint-Erfolge und auch aus der ewigen Meisterschaft. Ein Holo-Baum in der Mitte. HK55, Eric Joggen, da hinten steht Whisper. Wo auch immer der hier ist schon wieder. Das weiß ich tatsächlich nicht. Und dann sind wir hier im nächsten kleinen Raum drin. Und das sieht so ein bisschen aus, als wäre hier nochmal so eine kleine private Kantine auf der Flotte. Und da haben wir natürlich auch viele bunte Holo-Schilder. Auch an den Wänden da hinten nochmal. Eine Jukebox darf natürlich nicht fehlen. Die Grüne haben wir hier am Start. Ah, da haben wir auch ein Handelsnetz. Da kann man auch ein bisschen sein Geld verzocken. Blitz darf natürlich auch nicht fehlen als Java hier. Wir haben eine Kellnerin entsprechend. Ein bisschen grün zwischendrin. Lockert das Ganze gut auf hier an der Stelle. Und mittendrin steht natürlich die große Bar, wo man hier entsprechend sich gut was zu trinken besorgen kann. Ganz faszinierend. Da steht auch ein Massassi rum. Kann man auch mal machen. Und wir haben Sitzgruppen hier. Ja, auch verschiedene Personale wieder. Gold genießt hier gerade eine, ja, die Bewegung einer Tänzerin. Und auf der anderen Seite hier haben wir eine, oh, eine Situation. Ja, hier ist eine Situation. Es eskaliert. Ein Rakata-Krieger, der hier mit seinem, mit seiner, ja, Doppellanze, ne, mit seinem Doppelstab hier irgendwie, mit seinem Kriegstab, entsprechend irgendwas vielleicht gegen den Hutten hat. Während hier entsprechend die beiden Piraten hier den Hutten verteidigen, den Crime-Boss. Und, ja, sehr gut. Also, je nachdem, ne, ist es aus der Sichtweise heraus. Aber scheinbar haben wir hier auf jeden Fall ein Feind des Hutten. Und das ist hier auch sehr gut zusammengebaut. Das heißt zum einen die Bar, zum anderen hier links und rechts diese Wände, die hier den Hutten nochmal in einen kleinen privateren Bereich so ein bisschen zurückgezogen abschotten. Und wenn man von vorne guckt, dann sieht man hier im Endeffekt bloß diese beiden blauen Spitzen hier, die hier hervorkommen. Und dahinter, naja, du kannst ein bisschen ausgucken, ne. Wenn der Hutte hier sitzen würde, würde man ihn wahrscheinlich auch sehen. Aber so ist natürlich auch wunderbar. Spieltisch darf natürlich nicht fehlen. Sind wir uns einig. Ja, dann steht da der Hutte, der hat ja auch seinen Sitzplatz. Und er hat einen Druiden, der ihn noch bedient. Und er hat ein Mikrofon. Und er kann hier rausgucken. Wir sind hier scheinbar im... Jetzt wollen wir gerade gucken, wie die hier aussehen. Ja, also wir müssten in der Mitte sein. Na, diese imperialen Stationen sind ja grundsätzlich rund. Und haben, ich glaube, so vier so Spitzen, wie man hier außen sieht. Und in der Mitte ist es eben auch, glaube ich, ein bisschen erhöht. Und da sind wir drin. Und dann haben die mittig unten drunter so eine lange Spitze, die sehr weit nach unten geht. Und im Außenring hier sind dann eben die Hangare, wo man dann eben reinfliegen kann. Und ja, genau. Und dann sind wir jetzt scheinbar hier im Mittelteil. Wir sehen da eben bloß eine Spitze. Und er zieht auch schon wieder irgendwie ein bisschen... Ja, doch, das passt aber von der Symmetrie. Also wenn man hier an der Seite steht, sieht es hier ein bisschen komisch aus. Aber es passt eigentlich ganz gut. Ja, und jetzt sieht man noch ein bisschen mehr hier von der imperialen Flotte. Oder zumindest von dem Teil, der hier entsprechend stationiert ist. Einiges an Sternenzerstörern und hier irgendwie auch noch so eine kleineren Korvetten oder ähnliches. Oder Vergleichbares entsprechend mit am Start. Ja, auf der Seite auch nochmal ein paar Tänzer. Hier haben wir auch noch eine Band, die hier spielt. Einen Gitarristen mehr oder weniger, so einen Cloplayer. Und hier auch noch einen Sänger. Und da wird eben entsprechend Musik gemacht. Ja, hätte ich jetzt die Musik an, würde das gehen. Dann würden wir natürlich auch davon was hören. Aber ansonsten, ja, mal kleinere Sitzgruppen. Während da drüben hier waren Bänke oder so um den Tisch herum entsprechend. Und hier haben wir dann eben so für zwei, drei Personen immer die kleinere Tische hier an der Stelle. Ja, wunderbar. Damit haben wir den Teil hier gesehen. Also eine Kantina darf natürlich nicht fehlen. Dann gehen wir mal hier die Treppe hoch in den oberen Bereich. Dieser Raum hier, der ist ein bisschen abgeschirmt. Also wir haben hier so eine Umlaufsperre und zwei Wachsoldaten, die das Ganze hier ein bisschen bewachen. Da wollen wir natürlich auch wissen, was da drin ist. Tür auf. Oh ja. Hier stehen nochmal vier Soldaten spalieren. Und jetzt mal gucken, weiterhin die Erfolge auch an den Wänden. Nicht übermäßig, aber in den Gängen schon. Also hier hatten wir bloß da hinten über der Tür so drei, vier Stück. Und hier im Gang hatten wir dann nochmal ein paar. Und hier halt auch nochmal. Und dann sind wir hier in dem anderen, kleineren Raum. Und hier haben wir auf jeden Fall auch wieder Wände gezogen. In der Mitte haben wir erstmal einen Baum. Und rechts haben wir irgendwie, oh ja, da sieht das ja aus. Da brennt das auf jeden Fall schon wieder. Ich hoffe, da ist keine Rauchmelder hier fort. Ja, eine kleine Bank hier vorne noch. Und dann haben wir hier ein paar Feuerschalen, die hier entsprechend brennen. Jetzt ist die Frage, wo sind die Zugangsorte? Also hier sieht man es ganz gut. Ja, da kann man reingehen. Hier zwischen den, ich glaube hier zwischen den, zwischen den beiden Statuen kann man ganz gut durchgehen. Cam Val steht hier. Und jetzt haben wir hier tatsächlich auch, das müssen wir jetzt zwischenschieben, den Ausblick über die entsprechende Flotte hier tatsächlich. Wir sehen hier die VIP-Lounge. Wer das nicht kennt, ich glaube als Abonnent hat man standardmäßig hier Zugriff für, wenn das richtig ist. Wenn nicht, kann man unten bei einem Druiden, ich glaube im Medi-Center oder nee, unten hier auch an der Bar in der Mitte. Da kann man das VIP-Band kaufen. Kostet, glaube ich, eine Million Credits oder sowas. Und dann kommt man hier auch mit den Fahrstühlen entsprechend nach oben. Ja, genau. Was ist hier oben? Im Endeffekt nichts anderes als unten auch. Das heißt, hier gibt es ein Handelsnetz, hier gibt es die Bänke und ein Postfach und ja, das ist praktisch. Also unten hat man deutlich mehr mit den Händlern. Aber hier oben ist entsprechend auch alles, was man so braucht, vorhanden. Außer die Händler halt. Es gab früher die Möglichkeit, hier oben drauf zu hüpfen. Das heißt, diese Holostat-Huhe hier, das waren Einheiten. Das heißt, man konnte die ins Ziel nehmen. Und dann zum Beispiel mit dem Juggernaut entsprechend mit dem Hütersprung, beziehungsweise mit dem Intercede anspringen. Und dann stand man hier eben entsprechend oben drauf. Und wir haben dann auch ein bisschen rumprobiert und haben versucht, hier ganz oben rauf zu kommen. Das ging auch irgendwie, ich weiß bloß nicht mehr wie. Und ich weiß auch nicht mehr, ob das heute noch geht, ob man die überhaupt noch anspringen kann. Aber ja, so war das damals jedenfalls. Gut, dann gehen wir mal hier jetzt rein zwischen diesen Statuen. Sehr rötlich alles geprägt. Das heißt, wir haben hier die imperialen Flaggen in rot gehalten. Eine Lichtschwertschmiede hier an der Stelle. Auch das Dunkel-Versus-Hell-Datacron hier an der Stelle. Und natürlich einige Personale, die hier oben stehen. Ashara, Savros, Lana Beniko, Darth Ma, Darth Hexit. Alles Namen, die wir kennen. Gustuno natürlich auch. Und ja, da haben wir noch einen Arbeitstisch. Da hier haben wir auch noch ein Lichtschwert aufgebaut. Ein paar Schränke und entsprechend eine Statue hier vom Imperator. Roter imperialer Teppich darf natürlich auch nicht fehlen. Auf der anderen Seite, gehen wir mal von hier vorne rein. Schauen wir hier mal hinter. Das sieht auch sehr interessant aus. Bouda steht hier an der Bar. Da, wo es was zu trinken gibt, finde ich schon mal gut. Hier oben haben wir ein paar Waffen. Hier sind auch noch mal ein paar Waffen eingefroren hier in Karbonit. Und hier haben wir Brunmark, der entsprechend hier an einem Tisch steht. Zusammen mit Torian Cadera. Und wir haben hier verschiedene Ausstellungsstücke. Hier ein Wampau und ein Pritarre und auch einen Warclaw. Also die Mandalorianer haben sich hier vielleicht auch so ein bisschen eingenistet. Wir sehen das hier an der Mandalorianischen Flagge. Aber auch hier die eingefrorenen Ziele entsprechend. Die ganzen Erfolge hier, beziehungsweise die Trophäen, sage ich mal, die man als Mandalorianer vielleicht mitbringt, wenn man hier irgendwelche Bestien erlegt hat. Sind hier entsprechend auch vorhanden. Käfig haben wir da auch da, falls Gefangene irgendwie gemacht werden. Der Teppich schwebt. Aber nur hier im vorderen Bereich, weil der liegt hier hinten auf. Der ist aber schon ein bisschen härter. Deswegen schwebt er auch hier an der Ecke noch. Natürlich auch toll. Da ist eine richtige Stufe dann drin. Jawohl, wir schweben auch. Jetzt nicht mehr. Ah, okay. Hier ist die Kante drin, weil der Teppich geht. Ja, optisch geht der Teppich bis hier. Aber modelltechnisch geht der Teppich tatsächlich bis hier, wo hier diese Linie ist. Das heißt, wenn ich hier stehe, dann bin ich eben entsprechend noch drauf. Und wenn ich hier so ganz vorsichtig da runtergehe, da stehen wir dann wieder unten. Ganz toll gemacht. Ja, wenn man so Mini-Unebenheiten, wie hier zum Beispiel, in einer Festung macht, dann muss man natürlich, sollte man eigentlich auch daran denken, dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf die Teppiche. Also wenn man hier zum Beispiel so eine Sakul-Scherbe oder Scheibe unten hinlegt, also dieses große, runde Ding, dann ist das vielleicht nicht ganz so das Problem, weil das relativ dick ist und dann auch nach unten ein Stück geht. Dass man das hier entsprechend nicht sieht und dann ist das halt eine Stufe. Aber bei einem Teppich sieht das natürlich ein bisschen komisch aus. Naja, was wir machen. Ah ja, habe ich auch gar nicht gesehen. Hier sind auch noch Lichtschwertlanzen drin. Sieht von der anderen Seite so unscheinbar aus wie einfach nur eine Wand. Aber Lichtschwertlanzen drin. Sehr schön. Wunderbar. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes, als uns hier anzumelden. Hier haben wir auch nochmal einen etwas ruhigeren Sitzbereich, während da unten ja ein bisschen mehr los ist. Und wir haben hier natürlich auch noch ein paar Getränke. Auch alles abgesperrt hier. Und dann geht das durch den langen Gang bis da hinten. Und dann sind wir dort im dritten Raum angekommen. Ja, hier stehen Kisten, Materialien, alles mögliche. Waffen, Schilde, irgendwelche Wurfgeschosse, Bomben oder ähnliches. Quartiere haben wir ja auch noch mit drin. Na ja klar, hier irgendwas Hochexplosives und hier haben wir dann einen Schlafplatz. So muss es sein. Was haben wir hier drin? Oh, das sieht ja auch interessant aus. So ein bisschen wie Einsatzzentrale. Hier drüben haben wir aber auch noch einen Medi-Bereich. Alles mit am Start. Was ist das denn? Das ist ja mal eine Gerätschaft. Habe ich auch keine Ahnung, wo das her sein könnte. Auf jeden Fall, ja, ein Gerät. Verschiedene Konsolen, Steuergeräte hier entsprechend. Gleiter sind auch mit am Start. Das heißt, je nachdem, was man braucht, kann man entsprechend davonziehen. Das sind die, ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Aber wir können es nachgucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die auf dem Char hier auch habe. Wenn ich sehe, dann weiß ich auch sofort wieder. Ich weiß auch, wo die her sind, sage ich auch gleich. Aber ich wollte jetzt erstmal nachgucken. Hier, Roche. Genau, die Roche-Gleiter sind das. Der Gangster hier zum Beispiel. Das ist der hier. Die bekommt man, wenn man auf Odessen die Heldenkisten eintauscht, bei den entsprechenden Personalen. Also bei Ogorob, bei Nischewisla, bei der anderen. Oder bei Admiral Bevan Aigo und Hulowiz heißt die. Nischewisla, sondern Hulowiz. Und bei der Sanare. Wenn man bei diesen vier Personen eben entsprechend die Heldenkisten eintauscht, dann bekommt man, wenn man die auf Level 20 hochlevelt, pro Kiste, die man abgibt, kriegt man 500 Punkte und nach und nach steigen die eben im Level auf. Und wenn man die auf Level 20 hat, da kriegt man zwischendurch dann immer schon Credits und irgendwelchen anderen Kramen. Ich glaube, Gefährtengeschenke hinterhergeschmissen. Und zum Schluss mit Level 20 kriegt man eben vier verschiedene Gleiter. Und das müsste, glaube ich, der von Hulowiz sein hier. Und da sind eben entsprechend die verschiedenen hierbei, diese Rochergleiter. Da bekommt man auf jeden Fall vier von hier. Wo der fünfte her ist, weiß ich nicht. Der sieht aber auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Dieses blau-silbrige mit diesem roten Schirm hier. Und die goldenen und silbernen Akzente. Sehr cool. Ja, Konsolen. Da haben wir schon drüber gesprochen hier. In der Mitte steht Malgus The Returned mit seiner Flagge. Sehr cool auf jeden Fall auch. Auf der Seite hatte ich auch schon angesprochen, haben wir hier entsprechend so eine Medi-Station. Wir haben ein Krankenbett, wir haben Colto-Tanks, wir haben Dr. Loki, der hier irgendwelche verrückten Experimente durchführt. Und dann haben wir hier noch ein paar Datenzentren und Speicherkerne und sowas. Also tatsächlich hier an der Stelle ein Operationszentrum auf der einen Seite, Lager hier oder Lager haben wir hier vorher schon gehabt oder hier so ein bisschen Garage, sage ich mal. Und entsprechend auch so ein bisschen das Medi-Zentrum. Ja, wenn man keinen Platz hat, dann muss man eben gucken, dass man das sinnvoll einrichtet. Ich würde sagen, wir gehen rüber in die Kantine und werfen einen letzten Blick. Und dann sind wir auch mit dieser Festung schon durch. Ja, hat dann vielleicht wegen meinem Gelaber am Anfang doch ein bisschen länger gedauert, als ich ursprünglich gedacht hatte. Aber ist ja nichts Schlechtes. Das war das erste Mal, dass wir eine imperiale Penthouse-Festung besucht haben. Die republikanische Penthouse-Festung müssten wir dann auch mal besuchen. Aber da habe ich aktuell noch keinen Schlüssel für. Wenn ich da in nächster Zeit keinen kriegen sollte, dann gehe ich einfach mal auf die Flotte und wähle irgendeine aus und schaue mir die mal an. Damit wir die auch entsprechend einfach mal gesehen haben. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich freue mich natürlich weiterhin auf Feedback von euch. Ich bedanke mich für den Schlüssel. Und falls ihr auch noch Schlüssel habt, schreibt mich gerne an. In-Game oder auch erstmal in den Kommentaren. Aber am Ende, In-Game ist immer am einfachsten Charakternamen. Dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich. Mein Name ist Theodor Lohr. Ich bin raus. Tschüssing. 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 Vielen Dank.